Herzlich Willkommen! Ich möchte gerne meinen eigenen Hotline vorstellen. Ich bin täglich telefonisch erreichbar von 10 bis 23 Uhr. Es kann sein, dass es besetzt ist. Es kann auch sein, dass ich gerade bei den Aufnahmen bin, aber dann bitte ich euch um Verständnis und probiert das einfach später. Mein Nummer befindet sich unten in Infobox. Ich freue mich auf die Gespräche und bis nächstes Mal. Eure Dendera Susanna Medici